Herzlich Willkommen zu diesem Video. Ich möchte Ihnen hier die absolute Revolution im Internet und Videomarketing zeigen. Es ist so unglaublich ich habe so etwas noch nie gesehen. Es geht hier um meine Vorliebe das Videomarketing und ich möchte Ihnen hier eine Software vorstellen die jetzt vor kurzem auf den Markt gekommen ist und die kann so unglaubliche Dinge für so einen unglaublichen Preis. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe habe ich mich verarscht gefühlt weil es zu günstig ist. Es kann so unglaubliche Dinge wo man früher zwei bis drei verschiedene Software um mehrere hundert Euro benötigt hat. Ich möchte Ihnen jetzt gleich einen kleinen Vorgeschmack geben was diese Software alles kann. Ich habe das Video in wenigen Minuten erstellt das Sie jetzt gleich sehen werden. Lassen Sie sich überraschen jetzt geht es ab mit dem Video. Bleiben Sie dran. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder Sie sagen, okay, das habe ich jetzt eigentlich nicht so vermockert, das kenne ich schon alles, ich kann mir das erstellen lassen von einer Agentur oder ich habe verschiedene Software wie Camtasia Studio oder Video, keine Ahnung, Movie Maker, wie das alles heißt. Das habe ich ja nicht, das kann ich mir erstellen, da ist jetzt nichts Besonderes dran, das ist mal die Möglichkeit Nummer 1. Die Möglichkeit Nummer 2 ist, dass Sie einfach so begeistert sind, wie ich das war, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Und ich kann Ihnen jetzt bei beiden Möglichkeiten sagen, erstens, ich kaufe Ihnen das sofort ab, dass Sie das erstellen können, wenn Sie hier ein bisschen kritisch sind bei Video machen, keine Frage, das können Sie. Aber niemals auf diese Zeit und auf diese einfache Art und Weise. Dieses Video, das Sie jetzt gerade gesehen haben, das kann jeder, ich bedenne wirklich jeder, der einen Computer einschalten kann, der kann so ein Video in Kürze erstellen. Sie haben gesehen, hier sind diese Texte drinnen, diese Textvideos, die man einfach ablesen kann beim Anklären, wie man es mit Powerpoint zum Beispiel machen kann. Das geht hier super einfach, ich werde jetzt dann bei den nächsten Videos, ich werde jetzt hier eine Reihe starten, wo ich genau zeige, was diese Software alles kann. Da kommt jetzt jeden Tag ein neues Video und gerade mal so nebenbei, ja sowas können Sie erstellen. Dann haben Sie diese animierten Männchen gesehen, die sprechen. Auch das ist ganz einfach erstellt, Sie werden überrascht sein. Dann haben Sie diese hochprofessionellen Templates gesehen, wie man das bei den führenden Firmen im Internet sieht. Auch diese Templates sind einfach da, man braucht nur den Text einfügen. Das ist der absolute Wahnsinn und ja, das war es jetzt mal zum ersten Video. Sie können, wenn Sie möchten, jetzt gleich hier unter diesem Video auf den Link klicken, dann kommen Sie auf die Originalwerbeseite dieser Software. Ich muss eins dazu sagen, diese Software ist auf Englisch, das wird jetzt wahrscheinlich wieder einige abschrecken, aber ich kann dazu sagen, wenn Sie ein paar Brocken Englisch können, da ist wirklich nichts dabei. Jeder kann diese Software bedienen, es ist absolut einfach, bitte hier keine Scheu davor haben. Sie können einfach jetzt auf den Link unten klicken und dann sehen Sie gleich das eigentliche Präsentationsvideo, wo Sie auch schon ein bisschen sehen, was man hier alles machen kann. Aber wie gesagt, ich mache jetzt auf Deutsch jeden Tag ein neues Video, wo ich ein bisschen die Funktionen herzeige. Sie können, dass diese Software auch gleich erwerben, wenn Sie möchten, wenn Sie auf den Link klicken. Aber wie gesagt, lassen Sie sich Zeit, lassen Sie sich mal überzeugen, wenn Sie jetzt die weiteren Tutorials sehen, was dieses Ding alles kann. Gut, ich schlage Ihnen vor, klicken Sie jetzt auf den Link, wenn Sie schon Interesse haben und vergessen Sie auch nicht, wie immer, meinen Kanal zu abonnieren. Sie finden hier irgendwo im Video einen Link, wo Sie das mit einem Klick machen können, dann bekommen Sie sofort eine Nachricht, wenn wieder ein neues Video von mir kommt. Das war es dazu, dann sage ich jetzt bis morgen, wenn das erste Tutorial kommt, wie man hier damit umgeht und was man alles macht. Das war es, Wiedersehen.